Guten Abend, hier ist Ihr Regionalmagazin Sachsen-Anhalt. Heute und gleich zeigen wir Ihnen, dass in unserer Landeshauptstadt heute sehr viel Herz gezeigt wurde. Tausende Schüler Sachsen-Anhalt können es sich in dieser Woche im Kinosessel bequem machen. In Bernburg ist die 10. Schulkino-Woche gestartet. Bis zum Freitag werden in fast allen Kinos des Landes Filme gezeigt, in denen es vorrangig um das Erwachsenwerden, Freundschaft und Identität geht. Nach den Vorstellungen können die Schüler über die Filme auch diskutieren und besondere Szenen sollen später auch Teil des Unterrichts sein.